ja test test hallo struck und alle zuschauer herzlich willkommen zur excel think fast racer league gruppenphase 22 2 von 4 zwischen gods und willy willy in der gruppe ich hab's vergessen eben war es da gruppe x hallo struck intros müssen ja welche gruppe ja 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 und wie geht's dir ganz gut ist auch nicht draußen wir vorne ins doof ist mit den vorteil der sonne gehen aber bei mir ist es dunkel draußen von daher irgendjemand muss die sonne haben ja und jetzt dauert eh muss noch laden die sonne größte troll erlebt noch her das wundert mich sowieso immer so oft dass manche leute sehr lange laden ich hab mich immer auf dass dort das schuld ist mir gar nicht so sicher bei ihm würde ich sagen er trollt und wartet einfach aber es dauert auch noch ein spektator ist auch noch nicht drin von daher drei von vier im wait her wir beide der headman george und eigentlich war nur drei ja und jetzt glaube ich vorher wieder raus oder er ist in die wenn die spektator lobby gedrückt wurde okay ich mache einfach mal weiter so ich wundere mich ja heute ist heute schon dass mein f7 nicht mehr funktioniert obwohl er gebeindet ist aber da war wohl ein anderes programm was sich den button gechort hat na gut dann funktioniert jetzt auch mein xp graf wieder ja ja ich erwarte auch nicht wirklich außer ordentlich spannende brewmaster und viper wahrscheinlich irgendwie so das problem wenn das laden so lange dauert dann hat man nichts mehr zum reden wenn der draft irgendwie anfängt ich rede eigentlich in letzter zeit sehr gerne über über das captain's draft von doda cinema sieht man mal neue strats ganz neue möglichkeiten die auf einmal aufkommen weil im captain's draft gibt es halt nicht so viele möglichkeiten zu bannen ja hier gibt es eigentlich auch nicht so viele möglichkeiten du bannst halt genau diese hier diese heroes hier ich hab's ja gesagt brewmaster und viper das ist voll langweilig im meter ist noch nicht so langweilig wie bei 6.81 aber irgendwie schau'n ja captain's job ist ganz cool würde man hier auch machen wir hatten halt auch die idee eventuell noch ein allstar match nach hinten zu machen nach der group stage aber ich weiß ja nicht ob das gemacht wurde ist der resmage und was denkst du der resmage wird gepickt auf jeden fall zusammen mit wer wollt die frage ob sie direkt genau dazu picken das ist so langweilig wir tun das schon viel zu lange naja keine ahnung irgendwie um mich es sind so spiele wo das funktioniert ja keine ahnung es ist halt so du hast halt irgendwie eine chronosphere die so groß ist wie die ravage und alles dann für sechs sekunden also irgendwas musst du da drin machen außer dass die vision bisschen runter geht oder du keine evasion hast das ist also irgendwas musst du damit noch machen naja man muss schon sagen faceless gold hat einen guten nerf bekommen und ich glaube er ist so gut wie er jetzt ist man merkt dass er nicht mehr so stark ist wie früher ja die evasion war halt böse alleine die ganzen passive die ist disabled hat mensch der klare standard konter pick zu faceless war eigentlich auch vorhersehbar er hat selber gesagt na gut bands können wir offensichtlich bands aufzählen haben wir überhaupt noch drin titan da war er stimmt teil tante an center war ja nur noch aber ich von chili willi weil die haben wir schon auf laner und quatsch die können ja schiffen chili willi wahrscheinlich weil die ja gott bräuchten noch einen off laner das war gerade gucken ich glaube ewig sollte das auf der offline sein aber ich weiß nicht was er so oft spielt also ich bin halt sehr gespannt darauf weil chili die carries rausnehmen ja ja gotts haben zwei zwei supporter gepickt von daher die soweit dann jetzt mit carries dran aber sieben seiten meinte ich bin gespannt auf gotts weil gotts sind gut ja aber chili willi haben halt durchaus die eine weil der andere modifiers halt von der esl razer league gewonnen sind halt irgendwie platz zwei insgesamt und gotts hat irgendwie platz zwölf und daher wobei auch gotts teilweise wegen star leider ausfallen mussten daher bin ich sehr gespannt inwieweit das fair ist weil chili bei diesen schein schon gut das werden wir dann sehen also man merkt auch bei den pros dass es immer wieder überraschungsteams gibt die dann auf einmal neu aufkommen oh ja und dadurch das ist ja auch keine elimination der match ist kann natürlich immer schöne dinge passieren dass leute neues ausprobieren wobei ich das hier über diesen menschen glaube oh ja das sieht nicht so aus mal schauen was wir finden ob wir speck da finden hier könnten eventuell morfligen interessant werden wo eine mitte als auch oben irgendwas halt range lastiges ja aber halt also was halt schade ist ist das teilweise hier in der liga noch es ist noch unter wisp niveau also ich habe bisher noch kein team gesehen was wir es gepickt hat sehr schade da muss man muss man irgendwie herzblut haben habe ich das gefühl ja und absprache mit dem carry oder hat mit mit leuten muss halt irgendwie ein herz in der seele sein einfach intuition absprache gibt es nicht ja genau ja teilweise intuition ist schon wichtig halt aber absprache also du musst halt irgendwie wenn du halt irgendjemand go oder wenn irgendjemand unten oder sowas macht dann sagt dann muss der andere doch wissen was gemeint ist so und nicht erst mal so was meinst du wupp und auf einmal sowas ich glaube meistens läuft das so ab also das ist mir wie mit der menschen die schwappt einfach es ist vollkommen egal was jetzt gerade passiert oder ob irgendwer schreit sie sieht etwas und schwappt ja klar es ist in die hirchen aber bewusst bisher sehr selten wirklich in die hirchen da und irgendwie auch passiv der wisp der carry muss sagen dass er bereit ist für alles der wisp muss relocaten wenn der initiator unten sagt go oder sowas ist halt schon so eine kette sich wir es executen na gut zum dritt das dritte spielen folgen meistens der wisp er ist auch ein starker hero in jedem meter würde ich sagen ja es ist einfach kann man sehr gut als support spielen kann man sehr gut als carry spielen und er ist sowieso die krasse anti initiation also man kann darauf springen und das macht halt prinzipiell nichts aus naja jetzt das dritte spiel in folge dass ich ihn sehe und wahrscheinlich wieder was meinst du kommt halt im zweifelsfall wieder ja klar und dann geht der fall eigentlich erst richtig los und bis dahin haben die gegner halt schon viel verschossen auf einfach nur recht gegen ja das ist halt auch hauptsächlich einen slow der mitläuft so ich habe also bildchen slow macht mich mal bitte kaputt ich muss da leute slow also wenn ihr der captain der gotts schon sagt dass chili willi der favorit ist schaut dann john dann dann weißt du halt dass es ein interessantes match wird aber dann sind ja ist interessant es ist eine mensch von carry mensch ich hatte eher das gefühl dass es auch gesehen habe ich weiß gar nicht mehr in welchem game das war irgendwie irgendwelche chinesen haben den gespielt der bad in mitte als als core gegen pok naja ja das wird interessant mal schauen wird auch glaube ich relativ interessant hier beim beim cast weil irgendwie also du spürst halt diese 200er ping zu dir oder halt so einem anderen die ganze ins wort fallen glaube ich die stimme noch nicht angekommen ist und so dinge das ist immer sehr gespannt ob das funktioniert im endeffekt es funktioniert perfekt beim nebeneinander sitzen aber das ist ja in den playoffs komme ich mal vorbei und dann geht das besser nein im dezember komme ich bei dir vorbei du hast mich besser aufs internet als ich ja und vorbei ja doch doch bei den wänden akustik sollte mit dir auch besser sein würde das ein größeres zimmer anyway dota ähm ja weaver du gotts brauchen noch einen carry chile witty braucht noch einen carry die bett sind open okay ich fange an bei gotts denke ich dass es ja chile witty braucht nicht unbedingt noch einen carry gott das ist schlimm es ist fast eine minute delay oder ich fange an zu reden und dann fängst du an zu reden oh man oder wir müssen gucken dass wir TeamSpeak benutzen bei 300 ja oder müssen halt TeamSpeak benutzen und dann einfach so sehen TeamSpeak ist ja nicht so lange ne also irgendwie TeamSpeak funktioniert meistens besser wir wollen Server in New York nehmen naja vielleicht bei der Pause oder so wir sehen das auch ingame wie das wird am Endeffekt wenn wir die ganze Zeit nur nebeneinander umherreden dann müssen wir halt schauen immer noch besser als Skype ja ich glaube wir werden da schon unser von der Saison ja eigentlich würde ich jetzt gerade sagen wir müssen raten wer welchen carry nimmt Jirocopter ist geil stimmt Jirocopter ist noch drin und als Gods irgendein Nahkampf irgendwie hab ich das Gefühl irgendwas Sveniges oder so oder PA halt einfach du meinst ja sind auf die sich findest du eine interessante Idee allein schon weil dann wird es halt ein mega aggressives Lineup von Gods da wird dann early viel passieren das wäre eigentlich sehr lustig ja PA kann aber auch sein weil sie fehlen nur mit laner ja ich geh mal aus als es ne PA wird aber es könnte auch sehr aggressiv dann werden aggressiv uuuu noch aggressiver nice 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 ja du sagst das aggressiv ich glaube jetzt lagst du noch mal nen ticken mehr aggressiv ja jetzt kann ich auch den Abaddon Pick verstehen also Abaddon Pick ist halt der Slug Retter wenn es um Silence von Skyrathen oh ja oh ja ich glaube es wird insgesamt ein sehr sehr fightlastiges Game beide haben relativ aggressive Lineups wobei ich glaube CHW hat das bessere Teamfight Lineup ja klar gegen Chrono kann man wird schwer gegen zu gehen aber auch im Late Game kriegt Chilly Willy da doch einiges raus nun gut auf der Seite von Gods auf der Seite von Gods haben wir Ibik der eigentlich ein Offliner ist dachte ich von daher ist jetzt No Plan B auf dem Scent Ibik auf dem Support zusammen mit Madness Hero scheint den Items nach auf der Ventures Build Support Meglovin auf dem Slug und Egg anscheinend in der Mitte Ogre und ne Early Bottle ja stimmt eh es mitgeben mit mit Player cool und es könnte Action geben ja direkt der Smoke von Gods raus und sie gehen hinten rum sehr intelligent aber ich ich bin gespannt ob sie sie finden ja auf jeden Fall wenn wir hochgehen irgendjemand kommt ja wieder hoch na gut jetzt jetzt wird glaube ich nicht viel passieren oh ah never mind wahrscheinlich sterben ja ja und easy fürs Blatt ügel ja Sky ist da noch aber ich glaube nicht wobei mit guten Blocks ah Block verkackt sonst käme Ogre noch dran Ralfi muss dann ein bisschen laufen bis er wieder zu sein ist bis er wieder zu sein ist Seite kommt besonders weil er unten die Offlane ist und da will er eigentlich nicht hin ja ich glaube Slugs sollte lieber auf seine Lane er verliert mehr ja Aggressive try von God dann Slugs holen ok tatsächlich Cent wird gefarmt ja gesund gesund ich bin gespannt ich glaube auf der Trine Slug kriegt wahrscheinlich ähnlich aber oben kriegt er dann der Gyro wesentlich weniger und der Centra auch mehr also hm wird man sehen Mitte ja gut ja gut Ogre gegen Pack ist jetzt nicht so dolle für den Ogre aber seine Bottle kommt ja ich glaube das wird trotzdem insgesamt ein spannendes Lineup weißt du aus der Technik heraus ob du wenn du Ignite wirfst wenn du Ignite wirfst und der Storcht ob das dann trotzdem den Debuff macht macht das glaube ich nicht aber der Fire Blast into Ignite ist ja meistens relativ schwer zu blocken ja gut das stimmt auch wieder kostet aber auch fast 200 Mana und durch die Hoverbase Armors natürlich die Auto-Attacks von Pack machen jetzt nicht so viel ja ich würde aber auch sagen bei der nächsten Pause versuchen wir mal mit TeamSpeak weil irgendwie funktioniert das nicht wirklich naja ja aber es ist doch krass unten guck dir mal die CS unten an der Unterschied gewinnt gerade Void schon ziemlich stark Jo 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 Mal gucken ob da irgendjemand Kills holen kann Ist eigentlich interessant zu sehen so und um könnte hier ja aber dann sollte tot sein aber dann würde ich wahrscheinlich sterben und Centauer wird er wahrscheinlich auch Schwierigkeiten habe herauszukommen Meist vormann zusammen аwa remembrance ist keiner mehr da der Letzte noch war knapp Moh in rotation von parker ja 1 zu 2 ja tja tja mitte ist jetzt gut packt natürlich ein bisschen von level her runter gegangen vom leben her aber hat jetzt auch die beutel und mäßig ja lastet mäßig scheint der faceless void richtig abzugehen ja das wird ein problem weil also slag farmed ja endlich wieder gyrocopter ja aber halt die offline nimmt mehr und cent ist schon weit gesäumt wie du oben siehst sind gerade afk na oder aber dann farmte halt einfach ja aber das ist der park einfach so viel dazu mark ist dauernd wo wir in der mitte kann wohl doch was ist halt schon sehr viel was aus dem auger rauskommt das darf man nicht unterschätzen ja besonders wenn er gleich der multicast kommt ich bin feierplast in lastet und schon den gott in den slag aus ja das könnte werden der kurier muss halt aufpassen die linie selber kommt genau richtig hier die frage ob es reicht noch nicht level 6 ja das heißt wird es auch wichtig sein da müssen wir ein sein jetzt könnt ihr aber eventuell dann zum problem bekommen wenn es dann hatte das jetzt nix machbar und jetzt gibt die wünsche noch ein mana mehr und gerade wie genau noch am brand und zwei time locks besiegen das schicksal oben geht der center und das bitte multicast ist jetzt drin für make night aber es scheint nicht zu reichen bitte der match ist zum glück nicht vorhanden um die logo da zu bringen mit 22 hp noch gerade so überlebt ja das war schon knapp mit dem ignite ja multicast ist das ignite wenn das der zweite hit halt nicht auf die creeps wäre hinein hat sich tatsächlich okay kommt mal schneller nach hause ich dachte es macht nur supports aber ja dass der carys wenn der eitler in sachen des aber ich meine hat sowieso schon zwei die wirklich also die nicht so relevant waren jetzt aber oben vielleicht ja oben fast gestorben zwei lucky time box aber haben jetzt ins geld bekommen aber zentralen dafür drauf lecken to strong das mal kurz die probieren okay machen jucco caster und dann beides alles connected channel switched disconnected connected disconnected connected user entered your channel channel switch insufficiency permission channel switch ja spiel box 3 channel switch user joined your channel mal schauen ob es jetzt besser geht auf jeden fall hörst du dich wesentlich besser an okay alles sound qualität ist anscheinend wesentlich besser ja gut hier ist ja auch ein opus drauf hat kollekt qualität sehen so noch gucken ob hier die sensitivity ok ist jetzt natürlich wieder ein anderer als die druck der ingame sensitivity ist naja aber mitte geht jetzt ziemlich viel action da e wird hochgebottelt aber multicast noch mal ein bisschen kein multicast kein feierblast mehr rausbekommen wie kriegt wahrscheinlich die mensch mit ein paar kritzen hat auch kein kürziges gilt also das ist da keine kürz geben das ist eine gute observation bottom ja time block time block time block time seriously die krit lords aber echt aber jetzt top lane geht es auch noch hin und her jetzt top lane ja es dann trifft aah double edge oh bitter hätte das davor herausbekommen vor der rocket so 360 gegen 365 kommt tatsächlich nicht an den gyro dran sollte er vielleicht jetzt mal langsam merken weil jetzt ist er halt tot dumm 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 weißt du hier oben das ist das die juking area soll ich hier her da her naja aah AnteGreed war stark mit ihm ja aber super stark also gut es wäre es war halt doch noch relativ knapp mit dem shield aber ich glaube es waren fünf sekunden in der zeit hätte auch nachgucken können ok wieviel leben er hat wieviel macht mein shield damage hm das reicht nicht oh sehr nice spawns vom slag bottom ja haben wir es nicht gesehen weil es oben wollte eigentlich ein oben wollten sie ein go machen aber too late 8 zu 8 grafen auf seite von chiliwili oh ok wahrscheinlich war der eine kill den sie als first platte gegeben haben nicht so wichtig waren oops sorry tschüss user left or channel du dumm so oben kommt die rocket und ups center one hat sich jetzt mitbekommen was da los ist ja nämlich jetzt diskonnected ah das ist bitter für no plan hm Ugh tschüss ja Reconnect Disconnected Hans und Autopauses, tja. Ist halt so, wenn ihr mitdiskollektet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist halt vorletzten Patch, glaube ich, mit reingekommen. Ich kenne, also, die Mechanik von Autopauses ist mir noch nicht bekannt. Also, es ist relativ logisch, dass es was ist, aber... Kannst du es nicht so aktivieren in der Option? Oh, ich glaube, das ist in der Lobby. Muss man sich entscheiden. Achso, okay. Ja, dafür gibt es dann logisch, also noch keine Regeln hier. Ah, tschüssli. Ignite holt ihn noch mehr gut. Ah, Ignite ist ein starker Skill. Oh ja. Jetzt ist nur noch Pack da. Und, oi, Stick Charges retten ihn da. Aber, Krono? Krono ist in zwei Sekunden, eine Sekunde. Jetzt! Und Vengeful ist da und... Ah, kommt nicht ganz rein mit dem Stun. Und der krettet sich da einfach durch. Und lässt sie nicht raus. Super. Kommt er eventuell noch dran? Ja. Das ist... Ewige Anzeigen an... ...Dinger, die da hat. Oh, schöner. Schöner war uns da. Essence Shift hat ihm da richtig viel gebracht. 30 Agility gestohlen in dem Zeitraum. Ah, hatte viele Auto-Attacks drauf. Viel zu viel. Insgesamt ein etwas besserer Change für Gods. Ja. Kein Pounds für den Slug. Kein Mana. Sonst... ...hätte er da noch was gemacht. Ja, das Game konzentriert sich jetzt sehr stark auf die Top-Lane. Oh ja. Viel gefightet. Gerade alle Level 6 geworden. Naja, das verspricht ein bisschen Action zu werden. Nur Centaur War Runner. Der scheint ein bisschen zurückgefallen zu sein. Ja, ist halt bitter in Sachen Carry und so. Ja, Multicast Ignite. Erstmal Heft und Damage weg. Und tot. Aber Koi dann rausbekommen. Das ist groß. Das King wird jetzt wohl seine erste... ...erste Slow rausbekommen. Aber Follow-up wird wohl auch nicht da sein. Von daher. Ah, schön. Ja, 13-13 wieder. Aber der Trade war besser. Bench gegen Gyro. Ja, besonders weil Gyro halt vorher gestorben ist. Gehen nicht an ihn gegen. Oh ja, oh ja. Ja, der Wort wurde... ...ächtig. Cooler Wort irgendwie. Bad Wort. Hüpp, das macht ein Ralf wieder. Und auch ein Gyro-Kopter gefunden. Pounds ist 321... ...kommt nicht rechtzeitig hin. Aber Fire Blast ist noch da. Zack. Und geholt. Aber... Okay, ja. Der Slug stirbt dafür. Jetzt kommt die Kron auf. Zwei. Nice. Aber... Ja, aber dann ist der Hand. Rettet wahrscheinlich den Tag. Oh Gott. Das ist Damage. Aber jetzt sollten sie vielleicht ein bisschen zurückgehen. Wobei, Oga hat wieder Mana bekommen. Und man merkt ganz stark, der Krooga macht in den Teamfights sehr viel aus. Ja, er burstet halt einfach mal einen down. Und dann kommt der Nächste und der Nächste. Ja, und das Multicast Ignite ist halt super strong gegen Gegner. Stackt das eigentlich? Oh, wenn er da... Oh, oh. Ah, rechtzeitig noch. Rechtzeitig noch. Da habe ich gedacht, okay, wenn das... ...ist, dann trifft er und ist er tot. Da packt jetzt nicht ein bisschen overextended, ja. Schönes Wurf. Aber ja, keine Ahnung. Sie laufen ihm hinterher, aber kein Mana von Stunt. Von daher wird da nicht so viel passieren. Äh, packst du da eigentlich. Sollte da easy rauskommen. Naja, genau. Schatz, du seid der Playmaker, seid ihr für der Ogre? Wenn das halt so weitergeht, ist das okay. Mein Cent kommt nahe dem Dagger. Aber es wird dann trotzdem hauptsächlich als Slark sein. Slark und Ogre, die den Damage raushauen. Oh, man merkt aber auch schon stark. Also Slark ist im Net Worth nicht wirklich stark. Killt da ganz stark der Farm, den er auf der Bottomline verpasst hat. Ja, der hat Kills mit Beteiligung, aber sonst halt nichts. Er hat ein Level. Ja, Level 11. Oh Gott, das war... Da hab ich schon gedacht, okay, der... Der Shift war nicht so dolle. Haben wir jetzt hier gerade Essence Shift und Face Shift? Ja, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sie den War Runner jetzt auf die Bottomline getarnet haben und haben den Farm aufholen können, den er braucht. Damit er ein bisschen Fight Potential bekommt. Ja, der Punkt ist halt 15 Minuten, ne? So, das Line-Up ist auf 25 Minuten ausgelegt. Wir müssen halt jetzt einen Vorteil erhalten. Wir müssen im Let-Game, das ist halt vorbei. Ich glaube, so stark fällt der Slark im Let-Game nicht ab, also... Ja, aber sie haben halt nichts anderes. Das darf man nicht unterschätzen, aber... Ja. Das stimmt. Ogre bekommt halt den Mech und dann werden sie halt... Also, jetzt kommt der Blink, das Mech ist jetzt unterwegs. Wurde gekauft, von daher ist es halt jetzt genau jetzt das Timing, wo God's halt stark sind. Und da muss halt einiges passieren. Da müssen die Tower jetzt fallen ohne Ende und dann müssen halt Kills kommen. Das haben sie durchaus... Das können sie schaffen, aber es muss halt auch passieren. Das ist wohl wahr, also... Man muss dazu sagen, gegen Gyro, Wraith King und auch noch Faceless Void im Late-Game zu spielen, und dann macht es so viel Spaß. Genau, und ein paar Hex und sowas. Das ist halt schon relativ... Früher Hex, der da reinkommt. Das Problem ist halt jetzt, dass God's halt auch... Relativ viel auf den Bottom Tower werfen und aber... Äh, Chili will die oben halt auch was bekommen. Oh. Und zwar nicht so viel Pushing Power, aber wir müssen halt... God's müssen jetzt weitergehen. Und dann ist halt immer noch eine Krono da. Und ich glaube, Tower tauschen wohnt sich halt eigentlich überhaupt gar nicht für God's. Ja, besonders so halt für ihn hier quasi zwei T1-Tower. So ein T1 und ein T2. Das ist an sich vom Traitor okay, aber sie können ja trotzdem jetzt einfach rotieren. Also Chili will die kann jetzt halt Deffen. Hm. So alles in allem nicht so doll gelaufen. T1 für zwei T2. Äh, zwei T1. Aber schön gemacht von Chili will die, dass sie hier direkt rotiert sind und das erkannt haben. Aber halt auch der Void. Also, der ist fett. Ja, man merkt halt auch, dass God's einfach keinen, keinen Tower-Pushing-Land-Up hat oder so. Die brauchen Ewigkeiten, um den Tower zu rechts klicken. Ja. Ja, das ist halt Slug und der Slug braucht halt irgendwie nur fünf bis zehn Minuten, um da zu zweit zu kommen. Aber gegen diesen Void will ich jetzt absolut nicht... Also, wenn du dem begegnest, Haze-Rune, Maze-Strom. Ja, ja, ja. Das ist was. Du wolltest, Rich. Kommier's. Ja, also ich würde sagen, es sieht immer schlechter für God's aus. Ja, genau. Hat gut angefangen, aber... Je länger keine Action von denen kommt, und ich meine, sie stehen zu dritt in der Mitte, machen nichts. Ja. Das ist halt gerade irgendwie was, was sie nicht tun sollten. Ja, da müssten Smoke-Rotations kommen, da müssen sie den Void im Wald abholen. Was auch immer sie alles tun können. Weil es momentan haben sie halt quasi kein Farm gegen fünf farmende Heroes. Oder vier, besser gesagt. Skyrof Maze steht ein bisschen weiter hinten. Ja, genau. Da kommen halt Chili-Willi gerade immer mehr nach vorne. Jetzt werden wir den Tower pushen. Aber immerhin Chili-Willi pusht nicht gegen. Trotzdem wird halt gleich die Chrono kommen, und dann sieht es anders aus. Aber ich glaube, den Tower... Die Frage ist halt auch... Also, sie müssen unbedingt stampeden, wenn hier ein TP reinkommt. Wenn er wollte, hier die bieten, müssen die alle raus. Ja, aber es sieht nicht so aus, es sieht so aus, als ob die einfach D2 gegen pushen wollen. Ja, aber jetzt sollten sie halt auch... Also, ich weiß nicht. Okay, High Ground, ja gut, alles oder nichts. Kann man... Mal gespannt, ob das so funktioniert. Ja, wenn sowas passiert, dann schon. Irgendwie schöner Keuler, und das... Der schlägt gut ein. Aber... Urlaub fehlt so ein bisschen. Wraith King ist down. Erste Leben von Abanon auch. Mecha hat richtig viel hier gemacht. Und jetzt kommt der Void. Und jetzt haben sie ein Problem. Und es ist ein Pietersen. Oh, der Void war das doch nicht. War ein Buyback. Void ist jetzt gleich da. Jetzt ist der Void da. Springt rein. Hat aber erstmal noch kein Ziel für die Kronen und braucht sie auch nicht. 2 zu 1 quasi der Trade. Ein Buyback. Aber halt... Immerhin den T2 Top nicht verloren dadurch. Na gut, okay. 2 zu 2 dann. Ich hatte halt jetzt erwartet, dass der Void halt erstmal den Top Tower macht und dann halt die Piet. Und dann haben sie im Endeffekt halt einen T2 für den T2 getradet. Mit ein bisschen Tower Damage. Aber... Hälfte an der Tower Damage haben sie bekommen. Ja. Ich glaube, es war ein Fehler vom Void, zu lange zu warten. Aber seine Kronen war halt down. Weswegen es wahrscheinlich trotzdem irgendwie richtig war. Ja, dann klar. Dass er nicht reingekommen ist. Punkt ist halt jetzt, dass sie halt noch einen... Noch einen Rush dafür abgeben. Dann war eventuell... Ja. Glaube ich können Grotz nicht so weit... Es sind halt nicht da. Und außerdem Slug geht auch nicht zum Rush. Daher... Ist keiner da? Wahrscheinlich das nicht mehr zu bekommen. Naja, es sieht schon aus, dass... Dort ist halt Wissen, was abgeht. Und anscheinend gehen sie da zu zweit rein. Oh, und es ist gesilenced. Eine schöne Krono. Das ist bitter. Jetzt kommt die Stimpeed. Und tatsächlich kommt da ein bisschen Damage rein. Aber... Das reicht, glaube ich, nicht. Der Wollt ist halt fett. Und im Endeffekt haben sie jetzt... 2 zu 2 getradet, ja. Ich weiß nicht, ob das lag sich da so... Gegen ein... Genau. Das lag, dass du kann. Oh, der kommt ja absolut nicht weg. Das ist ja so bitter. Ja, gut. Mask of Madness Void, der herläuft. Und sogar schneller ist als du. Das ist natürlich böse. Ich glaube, insgesamt sah der Rush-Ford eigentlich sehr gut aus für God's. Sie sind nur zu spät rausgekommen. Sie hätten halt quasi direkt, als des Aegis gefallen ist, gehen müssen. Ja... Was haben sie auch getan? Dann hätten sie... Dann hätten sie 2 gegen 2... Nein, nicht ganz. Also der Slark stand noch ein bisschen drinne. Neben dem... Neben dem Void wollte ihn anscheinend nochmal töten. Und ich glaube, das war der Fehler. Ansonsten hätten sie nämlich 2 gegen 2 und Negis getauscht. Was gar nicht schlecht ist. Das wäre... Tatsächlich. Aber... Ich weiß noch nicht. Vielleicht hätte Oga kommen müssen. Also... Hat er halt oben weiter gefarmt. Und war im Endeffekt halt gar nicht beteiligt. Ja, sie haben aber auch keinen Tower mehr in der Nähe. Das heißt, es ist schon sehr schwer, als Radiant dahin zu kommen, wenn man die Tower aus dem Tower nicht mehr hat. Naja, Centaur. Das haben wir hier gesehen. Centaur ist wiedergekommen, ist hier unten hin tippet. Und ist dann den ganzen Weg hier hingegangen und hat hier gewartet. In der Zeit hätte Oga natürlich locker hier hin. Das stimmt. Also haben halt irgendwie zu spät gesagt, wir wollen das contesten. Oder sie haben es zu spät gesehen. Oder sie sind halt einfach nur zu zweit reingegangen und haben mal geguckt. Also... Kann halt auch gut sein. In der ganzen Krono... Ist halt ziemlich viel Zeit vergangen. In der halt durchaus die Leute erst gekommen sein könnten. Besonders halt ich Slark. War halt gerade da. Und die wollten einfach mal kurz Rohrstand checken. Und dann... Ups. Alle fünf. Kann ja auch sein. Tja. Muss mal gucken. Auf jeden Fall 21 zu 21. Ist halt relativ even. Aber net worth. 3 Karten Chili-Willi. Gut, das ist auch nicht so viel. Aber XP ist halt auch 6 Karten Chili-Willi. Favor. Und... Ja, wie gesagt... Das ist das Line-Up. Ja, klar. Wie gesagt. Wollen wir, glaube ich, beide sagen, glaube ich. Vom Draft her wird das auf jeden Fall im Late-Game immer schwieriger für Gott. Wir haben halt auch nichts. Was ist jetzt hier vorne? Haben sie keine Initiation? Außer das. Weil der kann halt einfach rausspringen. Ah, gut. Wollte Kronon. Nicht rausbekommen. Das ist... Das ist halt tatsächlich ganz gut. Buyback ist... Finde wir halt vorhanden. Moment. Buyback forsen. Und dann halt so schnell wie möglich abbauen. Das Problem ist dann Peter's Down. Sonst hätten sie halt wirklich einfach jetzt reingehen können und so. Und der Oga ist halt auch nicht da. Mal wieder. Obwohl das der Playmaker gerade halt ist. Auf jeden Fall tut er Maschino. Ja, wenn Slug noch vorne ist und sie den halt vom Tower holen und zur Not mit der Vench rausswappen, dann ist es halt durchaus was... Können sie halt durchaus weitermachen. Aber ich weiß nicht, 15 Sekunden. Können sie für den Tower reichen. Aber... Dann wird nicht mehr goodbyebacked. Ja, genau. Deshalb. Und ich glaube, das ist nicht... Wird jetzt rein TPen, da müssen sie halt raus. Ja. Ich sehe schon kommt, aber die Keule trifft nur einen Support. Das ist bitter. Dann wird jetzt alle raus. Das sei denn, sie bleiben einfach alle stehen und werden in der Krone gefangen. Ah. Ja, das war dann diese Fight für God's, würde ich jetzt mal erstmal sagen. Obwohl die Mystic vielleicht verkackt wurde. Das stimmt schon. Bolt könnte hier nochmal fallen. Aber... Schön rausgesprungen. Und es scheint auch, dass es aber dann rauskommt. Was ist noch drin? Center Wohner. Buyback. Braucht aber relativ lange, um da hinzukommen, oder? Hm. Ja, das ist doch einiges. Stampede ist jetzt wieder auf cooldown, kommt rein. Oga meinte, er will rauskippen und jetzt ist der Cent da, aber kein bisschen mit anfangen. War wohl ein Rage-Buyback. Denn der Fight war viel zu weit vorne, als er mit dem Buyback halt irgendwas tun hätte können. Ich glaube, Oga hätte mit dem Stampede laufen sollen und erst dann TPen. Aber gut, vielleicht hat er es gar nicht mitbekommen, dass Stampede angeschmissen wurde. Ja, das kommt ja durchaus vor. Irgendwie hatte die Absprache gefehlt. Also, wenn sie halt da re-initiaten wollten, hätten sie das halt weiter hinten machen sollen. Dann noch ein bisschen warten, ein bisschen rausziehen. Aber so haben wir auf einmal Tilly-Billy einen Kill vorne. Und ja, der Nash-Werf ist doch sehr weit runtergegangen. Obwohl die Geschichte nicht so rolle war. Die Mystic Flare war halt komplett auf den Avalon gewastet in dem Sinne. Die Dreamcoyle war nur auf die Venge. Aber die Krono im Endeff 3. Ja, und sie haben es halt nicht hinbekommen, den Void zu töten. Fast gefallen. Er ist auch der Void mit dem BKB. Ja, das wird dann nochmal einen ganzen Ticken schwieriger. Sunly, nichts ist möglich. Jetzt geht der ganze Burst halt von... Gods bringt halt nicht mehr so viel. Ja, jetzt haben wir nur noch Slug. Und Slug hat noch kein Damage. Und daher... Ist halt auch die Frage, ob es rausbekommt. Stunlock ist ja durchaus möglich. Aber im Normalfall springt er ja rein und macht seine... Ja, klar, im Normalfall. Und dann ist auch der Burst von Gods egal. Weil im Idealfall ist es halt Krono, Calldown, Mystic Flare und dann ist alles tot. Auch wieder Rumor. Ja, aber dieser Idealfall mit einer Five-Man-Krono ist halt eigentlich... Er kommt halt nicht vor. Ist halt nicht. Tja, also erstmal ein bisschen Farmen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Minute Pause. Das Silent Park geht da rein und... Ja, juckt ein bisschen, aber nein. Ja, man merkt auch nur, also hier auf der Seite von CHW wesentlich bessere Vision. Um die Roche-Pit, um Mid-Lane. Als Mid-Game haben sie doch die gleichen Wards. Aber für das aggressive Game von Gods fehlen halt die Wards auch. Sie sehen halt wesentlich zu wenig. Irgendwo hier oben... Aber auch hier, die wurde wahrscheinlich gedewardet. Ja, jetzt kommt der Smoke, ja. Hätte man jetzt schon gedacht, sie sollten halt mal durch den Wald smoken und sowas. Aber das Problem ist halt auch, die Stehen perfekt dafür. Oh, schön, aber BKB rausbekommen und... Klar, keinen Callback. Ach, du Scheiße. Ja, kriegen wir eine Gyro, aber jetzt kommt die Krono auf zwei. Beziehungsweise erstmal Relevanz. Gerade nur einen. Aber der Stun sitzt gut von E und Silence. Ja, 3, 2, 1. Was die Gyro daumen bekommen haben, ist gut. Aber mehr... Man hat ziemlich viel abgegeben. Da sitzt der Team vielleicht zu gut für Chili-Bili. Ja, ich glaube, dass den Towers dann kam auch irgendwie einen Moment zu spät. Er hat da irgendwie eine Sekunde gezögert, weshalb das BKB rausgekommen ist. Hätte wahrscheinlich besser für sie laufen können. Ja, ich weiß nicht. Also, mit der Stimpeed hast du ja keine Animation. War schon... Aber gut, ja. Habe ich nicht so drauf geachtet, kann daher gut sein. Das ist halt bitte. Er ist halt prinzipiell blind nach vorne gesprungen. Blind nach vorne gesprungen und hat dann gesehen, er ist genau drauf und hat dann erst gestunt. Genau anstatt Blickstun. Das könnte wahrscheinlich tatsächlich gewesen sein. Und komplette Hex fertig. Das ist bitter. Auch der Anfang von Ende. Puck mit Hex ist halt... Immerhin, ich habe die letzten drei Matches Pucks gesehen. Und die letzten zwei Matches davon habe ich mit Dagen gesehen. Das waren halt alles Stomps teilweise. Aber dieses Mal ist es immerhin even. Wenn gleich mit den Lastets und dem Net Worth man doch sieht, wer den Vorteil hat und wer gerade das Spiel so ein bisschen am gewinnen ist. Ja, also jetzt 10.000 Gold und 10.000 XP. Man merkt schon richtig, in welche Richtung das Game geht. Und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also dafür geht das Game jetzt langsam zu lange für Gott. Ja, das ist halt auch der Punkt, dass ihr könnt nochmal ein Pick-Off machen, so auf dem Volt oder so. Wenn ihr nicht so ein BKB rausbekommt. Aber selbst dann halt, hat auch Buyback. Trägt tatsächlich noch die... Aber oh, der Sun trifft. Hört natürlich auch aus. Aber Chrono into Calldown. Und easy. Hashtag worth it. Ah, ich würde sagen. Ach, du schaffst. Heute ist außer Kontrolle. Chip Centaur, bitte noch gegen Skyrath, warum auch immer. Ich habe es leider nicht genau gesehen. Ja, ihr könnt jetzt hier ein Problem haben. BKB-Aoga ein bisschen fu... Oh, come on. Der Lord. Der Stunlock. Ja, der Stunlock. No. Das Bache. Oh man. Das war schon so ein bisschen... Ja, Bache. Das sind die Besten, die die Lackgötter beschwören. Dann so Bache, 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 Bache. Und dann funktioniert das halt. Was? Seriously? Das hier? Ernsthaft? Leute, jetzt hört auf, über den Stream auf die Wards zu gucken. Also... Diesen Observer Ward. Ach. Kannst du definitiv nicht sehen, ohne irgendwie im Spectator-Mode mal geguckt zu haben. Weiß ich nicht. Naja. Und ich glaube, der wäre auch ungefähr genau zwei, zwei, drei Minuten gerade gesetzt. Vielleicht wurde er auch in der Vision von einer anderen Ward gesetzt, da so man... Nee, sie haben die Warded vorher. Die Warded und dann gesmoked. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber naja, ist ja nicht verboten. Und sonst würde er in der Regeln ja fünf Minuten die Lack stehen. Tja, Farmen, Farmen, Farmen. Was kommen wir noch für Items? Nichts. Na gut. Die hast besser, kamen wir in aufgezeichnet. Ja. Finde es geil, wenn ich das Spiel schlafe vorbei. Aerocopter geht wahrscheinlich Richtung MKB. Ja, warum? Ja, oder er könnte halt Richtung Crit gehen. Verbraucht, dass es eher Crit ist. Racer? Hm. Na, klatsch. Das ist ein Döschen, die weinen. Die weinen. Ja, wobei es eigentlich noch ein bisschen früh ist. Und außerdem sind sie nicht so weit vorne, dass sich da wirklich ein Rapier jetzt... Glaube ich auch nicht. Ja. Das wäre fahrlässig. Das wäre irgendwie schon fahrlässig. Es gibt Spiele, wo das geht, aber das hier ist, glaube ich, keins davon. Hm. Suddenly, Gyro geht rein. Aber... Oh, Chrono. Oh, auf drei. Das ist bitter. Standen sie richtig böse. Und Slug kommt rein. Wird einfach... Oh, ganz, ganz knapper Shadow Dance. Na, kommt rein, wird gehackst. Damage von Uga ist halt ein bisschen da. Und der CTP'n und... Ach, schafft es nicht mehr ganz. Und die Venge kriegt auch noch voll aufs... Volles Pfund aufs Maul. Ja, Blink ist wieder da. Bartz. Und vor heute wird sich noch den Kett. 12, 4, ja. Ich glaube, Game 1 ist so langsam vorbei. Mal schauen, ob wir uns das sehen oder... Ob es halt dann noch gewartet wird, bis die ersten Wrecks fallen. Mein Slug ist halt immer noch drin. Aber... Wird halt gehackst und dann ist er tot. Ja. Hext, der hat mal noch Silence. Er braucht halt ein BKB. So bitter das halt ist. Also man kann halt nicht alles wegdarkfacken. Ja, und wenn man so greedy ist und halt Solo gegen Puck stirbt, also... Kann ihn verstehen. Aber... Das ist halt... Ist halt so GG jetzt hier. Buyback für einen Slugs vorhanden. Aber... Wenn ich jetzt viel bringe. Das kommt doch noch raus. Aber... Kann er hier vielleicht noch was machen? Frage ist, erste Ring Nation, ja. Tja. Wollt kann man jetzt lieben, ne? Kann jetzt lieben, allerdings... Worein? Lieben, dreimal in Krono. Da sollte er jetzt einfach laufen. Ja, tut er auch. Aerocopter scheint wegzukommen. Ja. Dann ist... Er holt sich noch den letzten. Das Puck. Silence. Und jetzt muss er allerdings vielleicht aufpassen. Und... Travel Multicast und easy. Hin und her und hin und her. Aber, ja. Hilft halt irgendwie alles nix. Und auch nicht wirklich hinter Leuten hinterher. Allerdings lief es besser, als ich gedacht hatte. Bei Weck von Slark und dann haben sie es tatsächlich turnen können. Ja, sie hätten halt hier nicht auf Heroes, sondern auf Objectives geben sollen. Ja, dann sagen wir mal hier. Und... In fünf Gegnern zu dritt drinnen zu stehen, ist halt nicht optimal. Ja, vielleicht ist das. Bewegen, 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 bewegen. Der Aerocopter wird gefunden von einem Eventless Build Support und macht BKB an. Das ist definitiv ein Win für die Gods. Oh, und dass er auch mit der Stimpie zu lange rumrennen kann. Die Rocket juken kann, dass er noch den Stun rauswerfen kann. Ist auch ziemlich gut. Der Ultimate wird gefunden. Hat aber immer den Shadow Dance geprockt. Und jetzt können sie immer noch ein bisschen Tower Damage machen. Und das Buyback vom Gyrocopter Forcen, das er nicht hat. Und das Buyback vom Skyrimmage Forcen. Ja. Wo ist der Chrono Man? Da ist der Chrono Man. Na, es ist nicht. Also doch, es ist aber irgendwie nur so, weil die Leute reingelaufen sind. Wo es lag, wenn man ihn braucht? Da oben. Leider gehext. Und ja. Aber irgendwie, wenn sie sich da durch. Also der Oga macht halt Damage. Void hat Buyback, ja. Aber keine Chrono. Und dann kriegen sie Rex, okay. Allerdings können sie halt nichts weiteres machen. Also, ja. Rex bedeutet halt nicht sonderlich viel, würde ich jetzt mal sagen, gegen eine Flaggen von einem Gyro. Jetzt, dass sich ein MKB gebaut hat, sinnlos, aber hey. Aber, hey, Gott, sind noch im Spiel. Und man sollte so ein Oga nicht unterschätzen. Ja, MKB ist eigentlich nicht schlecht, also. Das ist viel Damage. Nee, aber es ist halt preislastens nicht effizient. Das macht halt mehr DPS, für das er für weniger geht. Außerdem, glaube ich, Butterfly wäre hier. Ja, doch, Butterfly wäre natürlich besser. Weil das einzige DPS, den sie im BKB haben, ist halt Slug. Der hat noch lange keinen MKB. Wobei ich mich frage, ob das MKB nicht vielleicht doch im Preis-Leistungs-Verhältnis, was Damage angeht, mit dem Flagg-Cannon besser ist. Und wenn das auf jedem Schuss prockt. Ja, aber Crit ja auch. Nee, nee, weil es mehr Base-Damage gibt. Hm. Ja, gut. Ich glaube, Crit wird halt nicht auf jedem Hit procken. Nee, nee, also MKB und Crit procken, glaube ich, nur auf dem, äh, auf dem Main-Attacke. Ja, wie ein Orb quasi. Aber der normale Damage geht halt, äh, genau. Der normale physical Damage geht halt auf alle. Ja, ist ja auch bei Weaver so. Wobei es jetzt auch geändert hat, dass der Ob-Modifier da auch das zweite irgendwas macht. Tja, das ist halt immer so ein Ding. MKB und nicht MKB sind halt doch sehr gierig. Oh Gott, mit dem Smoke auf dem Pack. Als ob sie irgendwie was im Pack finden würden. Ah, ihr habt was geraucht. Ja, aber also, es ist halt ein Pack. Dann kriegst du den ganzen Team nicht mehr, wenn du keine Indie-Schirchen hast. Hm. Okay, was hat er gerade? Die Bäume kaputt gemacht? Hä? Ah, der Swap ist, glaube ich. Was? Echt? Okay. Fühlt sich nicht ganz sicher. Aber sie haben einen Pack bekommen. Ja, das ist sehr erstaunlich gerade. Aber auch nur, weil er halt irgendwie so sehr greedy war. Weil er nicht hier geblieben ist. Ja. Also er hätte, er hätte hier unten bleiben sollen, anstatt sich hier oben, dort wo sie rankommen, hin zu tippen. Buyback-Status, nur Bug. Nur Pack hat ein Buyback. Okay. Ja, es reicht doch. Nur das, es reicht doch, genau das. Sie müssen sich halt ein bisschen beeilen, damit sie halt irgendwie keine, keine Mitte T3 zu viel Damage bekommen. Aber das scheint zu funktionieren. Und es wird trainiert wieder, ja. Geht einfach durch. Aber ne, TP'n schon. Oga ist schon wieder weg. Ohne Oga, so können sie es nicht tun. Weiß ich nicht, ob das hier so gut war. Das war für Gott sei Dank. Auf jeden Fall gut. Das hier schon, ja. Aber dass sie den Oga darunter geschickt hatten. Also eventuell Highground-Forcen oder ein Pack, wäre das eine Idee gewesen. Oder halt Buyback-Forcen vom Pack. Ja. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Der Void kann halt nur TP'n. Und das ist, also wenn er Void halt rein TP'n, ist es irgendwie zweieinhalb Sekunden Initiation. Wo du halt schnell wegstampiten kannst. Man sieht ja, ob er noch im T3 ist oder so. Eventuell hätte ich hier getradet. Aber das wäre ein T3 für eventuell Wax gewesen. Neist hier, Gyrocopter geht rein. Ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, da zu fighten. Ja, Venture Spill ist noch nicht da. Ralfi geht zum ersten Mal down. Allerdings, wenn sie jetzt den Pucks... Ach du Scheiße. Wenn er so einen Triple-Multicastum-Puck bekommt, dann ist es natürlich... Und jetzt auch mit Arganims auf Ogre. Aber sie fokussen den Ogre halt auch nicht, ne? Und Ogre sollte sich jetzt rumdrehen. Triple-Multicast, Double-Multicast. Und noch Multicast. Und Triple-Kill für den Slug. Und Buyback. Ach du Scheiße, seriously? Äh, ja, das könnte jetzt die Gelegenheit sein. Das könnte jetzt Ende sein. Ja, also eventuell könnten sie drohen gehen. Rufi ist down. Also darf jetzt auf gar keinen Verzug gehen, nein. Und sie haben Glück, dass Roshan auch genau jetzt respawnt. Ja, sie gucken halt vorher mal rein. Also, wenn sie jetzt wieder rausgehen, dann nicht. Genau jetzt respawn. Ah, Prost warten immer. Prost warten immer. Stellen immer den Supporter rein. Gods, lasst euch das ne Gelegenheit sein. Ach du meine Güte, was? Das kann ein Spielentscheidender gewesen sein, dass sie hier nicht gewartet haben. Oder nicht zumindest hier oben auf die Racks gegangen sind. Ja, also sie hätten entweder unten Racks holen können. Oder hätten halt eventuell wirklich auf Thron gehen können. Oder hätten halt einfach mal 5 Sekunden in den Supporter reinstehen sollen. So. Aber dann hat das sowieso nichts zu tun, außer einen AC zu farmen und einen Pipe zu farmen und einen Agar nimmst zu farmen. Jetzt, ach du Scheiße. Aber dann ist es doch auch gut gefarmt. Ja, net worth-wise, durch die letzten beiden großen Fights sind sie wieder sehr nahe rangekommen. Ja. Erstaunt. Das ist fast nur XP und net worth. Und hier, man sieht, Gott sei Dank hat kein Wort an der Roshan Pit und dementsprechend kriegt jetzt hier einfach Chilliwilli Roshan for free. Ja, sieht noch nicht so aus, als ob sie Interesse haben. Ja, sie denken, es wird irgendwie, hm, eigentlich... Warum? Ich glaube, sie werden da gleich reingehen. Hyperstone of Slark? Ja, der hat ja sonst noch nicht genug Attack-Speed gehabt. Ach du Scheiße. Wird dann wohl auch ein Mjolnir. Können wir schön auf Abaddon tun. Aber ja, das ist... Roshan für die Goats. Äh, für Chilliwilli. Ah, und auch die Wave zu spät. Oh, 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 oh. Mensch, was tut sie da? Warum feedet der? Aber schön. Oh. Super, super schön die Chrono gedocht, wollte ich gerade sagen. Und dann rennt der Centaur einfach rein. Oh, man. Große, große Missplays hier, die dann quasi abgeben. Und das Slark geht halt direkt down. Das ist richtig bitter. Uga Magia macht das halt alles, aber irgendwie der Rest feedet halt. Oh, man, oh, man, oh, man. Schade. Also, das hätte definitiv definitiv andersrum gehen können. Ja, also sie hätten definitiv Roshan haben müssen. Ja, hätten Roshan haben müssen. Da nicht die drei Sekunden zu warten. Oh, Roshan haben sie jetzt den Teamweb. Ja, genau, haben sie den Teamweb bekommen. Hätten aber auch hier durchaus, also die Chrono war halt super für Gorts, weil sie halt nur auf zwei Supporter gegangen ist. Aber dann ist halt einfach der Centaur einfach noch in die Chrono reingegangen. Und von außen in die Chrono reinzugehen, ist eigentlich ein No-Go. Besonders, wenn man halt ein Centaur ist, von außen seine Halbert hatte und sie dadurch nicht auf den Volt genutzt hatte, der keinen BKB anhatte, soweit ich weiß. Aber hätte er ja anmachen können. Ja, dann hätte er es natürlich anmachen können, aber es ist halt schon wieder eine bis zwei Sekunden, wo du realisiert, dass du nicht haust. Und der Slug ist halt deshalb gestorben, weil der Centaur halt nicht da war, um den Control zu liefern. Daher. Tja. Die Wards sind gerade sehr stark hier. Komplette Vision zu Roshan. Egal, welche Rotation zu Roshan gemacht wird, man sieht sie. Ja, wobei jetzt halt dann bis jetzt halt auch schon ein bisschen zu spät, ne? Ja. Na gut, ein Teamfight haben auf jeden Fall Gards noch in sich und ich weiß nicht, das ist doch schon wieder mit dem Buyback halt so, dass da noch nicht ganz da vorhanden ist. Aber weiß ich nicht. Bald halt schon Packert gleich Buyback und Gyro hat in zwei Minuten erst Buyback wäre halt so das Ding. Wenn sie da tatsächlich noch mal so ein Diebwert hinbekommen. Aber irgendwie ist das gerade hier nicht ja ich mir halt so ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, Chili Willi sollte Fights forcen. Also sie haben momentan jeden Vorteil, den sie haben wollen. Ja, haben halt ihre Ultis, ne? Ja, und sie haben halt Buyback auf dem World. Und eigentlich nur nur Buyback auf dem Centaurant. Ja, genau, das Lampenstab Buyback und dann. Oh oh, suddenly und wieder läuft Centaurant rein. Was tut der Typ da? Er schmeißt ihm das komplette Spiel fast weg. Krass. Ja, der Feet ist auch sehr strong in ihm. Ja. Oh, der Cheese. Ein schöner Cheese. Hat sich richtig gelohnt. Ja, der Feet's strong in this one. Ah, der Poe kommt gerade so weg und dann wird er vom Raid King und direkt vom und vom Void umgebracht. Als Oga Magier lebt halt immer noch und hat Damage Output ohne Ende halt rausgehabt. Aber hat er nicht geholfen. Dass der Center war dann jetzt zum zweiten Mal gefehlt hat, ist halt schon richtig krass. Ah, ah, was war wirklich der Kampf gechanged hat, war glaube ich der Cheese. Ist der Void echt mit 100er-P, der den Cheese noch rausbekommen hat, nachdem da der Allergy Luck auf Oga-Seite war mit dem Triple und Vorpill Multicall. Ja, ja, ja. War schon geil. Show Fight Reel Cap, ja. Zu Null, ne? Aber du siehst halt auch Oga. Also guck dir mal Damage Done aus. Oga hat halt einfach mal 3.000 an einer Damage gemacht. Das ist so, was? War halt doof, dass sie halt hier nicht jätet wurden. War halt auch ein Smog von Chili, oder? Ah, hatte ich nicht drauf geachtet, weil der Punkt ist halt, sie haben halt hier ein Award. Also wir haben halt mal Vision bis hierhin. Das ist halt no way, dass sie halt irgendwie alle hier standen und dann einfach mal reingegangen sind. Und daher, naja. Aber ich weiß nicht, ob sie noch einen Fight hinkriegen. Aber ja, eigentlich, Chili, die sollten jetzt halt weggehen und dann... Sie könnten es fighten, aber ich weiß, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr sicher... Nein, ich bin sehr passiv. Ja, ist auch kein Grund, das wieder zu geben. Das haben wir doch gesehen. Aber GG. GG von Gods. Keine Lust mehr, weiter zu spielen. Kann ich auch verstehen. Zum zu Ende. Jetzt klickt... Ach, komm. Ach, komm. No way. Das war kein Missblick. Was zeigen denn die Rules dazu? Naja, das Game ist zu Ende, wenn der Ancient gefallen ist. Okay. Kein Ding, aber es ist so... We have Towers. Ja, drei. Und Chili, wir haben vier. Same. Na gut. Einen Versuch haben beide Teams noch. Also klar, wenn jetzt ein super Team wird für Gods vorkommt. Buybacks werden expandet. Und Buybacks hat jetzt gerade auch nur auf dem Gyro ist. Und dann, klar, also... Das Game ist noch offen, aber sehr, sehr schwierig. Gott versucht jetzt natürlich hier den Fight zu forsen, was vielleicht gar keine so gute Idee ist. Doch, das müssen sie machen. Also wenn es noch länger geht, dann... Oh, das könnte aber hier tatsächlich... Oh, direkt den Void. Und Void hat kein Buyback. Void hat kein Buyback. Ach so Scheiße. Oh. Center ist down. 1 zu 1 bisher. Die Frage ist halt, wie viel da. Schöner... Schöner Shift hier, aber Slug darf halt nicht down gehen und Uga muss halt auch weiter... Der Raid King ist auch nicht zu unterschätzen. Oh, und hat eine Invis-Route bekommen. Aber im Moment haben sie es bekommen. Aber hier geht Slug down. Die Frage ist halt, inwieweit hier der Uga das turnen kann. Es sieht aber nicht so aus, dass es... Nix tatsächlich noch down. Na gut. 2 zu 3, dann im Endeffekt der Trade. Was? Na? Hat auf dieses Weh gedrückt. Noch ganz schnell. Das ist bitter für den Abaddon. Das ist richtig bitter. Ich hätte für eine Sekunde gedacht, dass es tatsächlich noch hinbekommen, aber... Gyro-Puck war halt dann... Puck-Buyback-Klar. Aber hätte... Hätten sie einen Gyro-Flash früher und wäre das Lack nicht gestorben, dann hätte es durchaus noch sein können. Und da kam natürlich die Rocket noch an. Der Long-Wage-Star. Die Rocket von der gegnerischen Base aus. Ja, ich glaube, jetzt ist es so langsam. Alles vorbei. Die werden jetzt die letzte... letzte Set-Racks verlieren und dann war es das. Ja, bei-Bucks sind ja auch keine da. Also bei-Buck-Flash ist vorhanden. Weiß nicht, eventuell hätte er tatsächlich turnen können. Hatte Buy-Buck... Er hätte eventuell Power-Trips verkaufen können mit BOTs da reinkommen. Wäre jetzt so die Möglichkeit gewesen. Können wir nicht mal mehr Damage machen. Die Back für Center. Delay ist fastest possible, natürlich. Schön, dass Wurf... Mal richtig schönes Fuck-U-Zen. Und... Ja, Quartowel Multikars. Schon Multikars, Multikars, Multikars. Luck ist no excuse. Die Leute so schön sagen, da kommt das Ding, Ding. Ding, 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 Ding. No, BOTs für Slug. Slug hat dafür sein Ballback ausgegeben. Das kriegt aber jetzt noch der Wave. Wenn sie ihm... Achso, gut. Kannst du in den Power-Trips verkaufen? Dann hat er jetzt Ballback. Und ja, aber... Der Rekopter hat er doch Ballback. Daher... Weiß nicht, vielleicht... Wären BKW sind... Jetzt hat er sich ja gekauft, dass er kein Ballback hat. Wer wollt? Ja. Ah, keine Ahnung. Daedalus, glaube ich. Von AC. Weiß nicht. Da kommt das Go von Ralphie, aber... Wo wollen sie lieber komplett rein? Jetzt wird die Krone benutzt, aber... Lässt er heute nicht rein. Oh Gott. Und Fokus ohne Ende, aber dann ist ich rechtzeitig da mit dem Schild. Das ist schade. Geht mal hoch, er lebt halt immer noch, aber... Hat auch schon so ein ganzes Maler weggegangen. Ja, schlag er hätte schon Ballbacken müssen. Ja, stimmt, er hat auch Ballback. Wollt ihr das nicht benutzen? Ne. Jetzt, äh, zu spät. Ja, ja. Von. Nach dem GG dann jetzt aber. Das hat sich doch noch ein bisschen hingezogen. Aber ja. Gut gespielt, gut gespielt. Aber Gods haben sich wesentlich besser gehalten, als unsere Predictions waren. Kann ich schon sagen. Ja, es gab diese zwei, äh, Throws, als sie zum ersten Mal Highground gegangen sind in die Base. Das war richtig guter Fight für, für Gods. Wo sie da richtig viel Moment wieder zurückbekommen haben. Und dann ja auch die Mid-Racks genommen haben. Ja, aber danach... Dann haben sie alles wieder abgegeben, indem sie nicht abgewartet haben auf den Roshan. Ja, und irgendwie, ich würde auch sagen, sehr viel war tatsächlich... ...bem Centaur schuld. Oh man. Wenn da in die Kronos nicht reingeht, weiß ich nicht. War nicht überzeugendes Spiel von Centaur heute. 3, 19, 15. Naja. Naja. Mal sehen, wie das in Spiel 2 läuft.